Ok, ich muss näher ran. Die treffen immer besser, das gibt's nicht. Ok, ich muss das nachladen warten. Ah ne, da komme ich auch so hin. Ah! Gott, das dauert einen Moment. Ah! Du bist tot! Ah! 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 You can't fight gang gang Ah Ah! Isn't that bad? So, ich hab das Gefühl, ich bin ein bisschen nice, äh. Ich weiß auch nicht, warum. Ich schicke, ich hab das Säure jetzt selber schon in mir. Hier noch, obwohl ich glaub da war schon. Ja, ich hab das Gefühl, das ist schon hart. Der Mann schützt mich. Ich selber selber immer wieder zuhause. Lass mich immer wieder zu schützen. Ich war Arme Säure, dass ich kein Amel oder auch zuarsi bin. Soll ich mich nicht selbst, wenn ich mich nicht mitnehmen muss. Okay, we'll we'll They sure were a lot of men determined to die that day so was er wird ich kann mir das kaufen zu wie gesagt ich arbeite auf den Elfenbein schnell Schüssel hin und zwar mit jetzt na das finde ich schon ziemlich premium dass es länger ich dachte wo sich zu aufgebrochen Genau, das wird aber nicht tot. Ich sehe dich schon, wenn er hinfrisst. Jetzt! So, er hat getötetet, finde ich gut. Und außerhalb noch bei Kopfschuss. Ich hätte immer wieder Distanzschuss, aber Kopfschuss aufgehend war auch klar. Okay. Nach meiner Showdown mit Jesse, habe ich weiterentwickelt seinen Bruder, Frank, in der Sonnenbücher Gym. Ich folgte diese Brüder in die hohe Mauten, als sie auf den Boden gehen würden. Welche Mauten wäre das? Somewhere in den Ozarks, glaube ich. Ein perfekto Ort für die Autorität. In fact, bevor ich sie gefunden habe, einige Indiens, die die Rez fliehen und die Flüchtlinge entfernten, und die Flüchtlinge entfernten. Da ist wieder ein Indien. Die Flüchtlinge entfernt. 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 Das Elbe macht klettern, sie benutzt. Nichts kannst du. Das tut auch viel weniger. So. Was ist denn der Hand? Ja, Herr, hast du? Ja, natürlich hast du. In fact, ich kann immer noch das alte Manns-Medicine-Mann sagen. Jesus Christus, wir sind wieder zurück. Du gehst eine große Schmerz in dein Herz. Es wird dein Geist. Du gehst zu diesem Ort wieder. Und töten viele mehr Menschen. Okay, no problem. So, did you ever find him? Who? The man you are after. Let me ask you something, Ben. You ever think about death? Mr. Greaves, are you alright? What the fuck? Oh, death, won't you spare me over till another year? What is this that I can't see? With ice-cold hands taking hold of me? Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. What the fuck? Yeah, exactly! Well, someone would pray, could you wait to call me another day? Odell, Odell, won't you spare me over till another year? So, are you gonna answer the question? So, are you gonna answer the question? Oh, Odell, won't you spare me over till another year? So, are you gonna answer the question? What question is that? Jim Reed. Did you ever find him? Reed. Was indeed that sonbitch's surname. That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Okay. Nothing. Yeah. I finally did track those outlaws down. They had long rifles with scopes and were well-positioned to pick off any poor soul who could be anywhere close. Oh, fuck, look, this is a bridge. It's a double長 Ashley. The bridge is coming in. Oh, well, I can go back. I want to lose a half of them. I'll get it... Oh, okay... What are you? Huh? The entrance. Oh, okay... Ich denke, Frank James glaubte, dass ich die Verantwortung für seine Brüder des Brüder, Jesse war. Ich konnte wirklich nicht mit dem Mann sagen, weil ich auch Jesse dachte, dass er dann auch tot war. Er hat sich zurückgezogen, als ich ihn auf ihn veröffentlicht habe. Aber er war noch immer...